Und dann war die erste Antwort von meinem Papa, kein Bub, ich unterstütze dich, aber wäre es halt nie Geld damit verdienen, habe ich gesagt. Meine größte Motivation gewesen, dass ich einfach dem das Gegenteil beweise. Und wir schauen uns das Studio jetzt einfach mal an, man sieht eben hier, der Andrang ist groß. Und ein riesengroßer Dank an meinen Geschäftspartner, an den Markus, weil ohne dem wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, weil von dem habe ich einfach alles gelernt, was es braucht. Wir haben heute den lieben Peter zu Gast. Peter ist schon ein langer Wegbegleiter auch von mir, wir kennen uns jetzt, haben wir uns gerade festgestellt, schon seit sechs Jahren. Und ich will euch heute auch wieder an der Story von Peter zeigen, was in der Fitnessbranche alles so möglich ist, wenn man sich glaubt, wenn man Gas gibt und wenn man vorankommt und wenn man auch was dafür tut. Peter hat nämlich auch von ganz, ganz vorne angefangen als dualer Student und heute sprechen ich mir darüber, dass er wieder ein neues Fitnessstudio aufmacht. Und diese Story werden wir heute mal so ein bisschen beleuchten, aber wir werden auch die ganze Fitnessstudio-Eröffnung so ein bisschen mit begleiten, werden auch bei der Eröffnung mit dabei sein und danach auch mal schauen, wie lief die Eröffnung. Also es wird sehr spannend und damit herzlich willkommen Peter, schön, dass du da bist. Danke, danke für die Einladung. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal ganz vorne an, ja, was war 2018 oder noch davor? Wie hast du in der Fitnessbranche losgelegt? Erzähl mal. Ja, das ist eine ganz spannende Reise gewesen. Ich habe Kfz-Mechatronik gelernt, genau. Ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, das in der Werkstatt liegt mir, das passt, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mein Leben lang in der Werkstatt stehe. Ich habe dann eine Abitur nachgemacht, wollte dann eben Maschinenbau studieren. Innerhalb kürzester Zeit haben die da vorne irgendwie chinesisch geredet, bedeutet Mathe und Physik war nicht meine Stärke. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich sage, okay, ich mache mein Hobby zum Beruf. Ich habe damals schon mit 15 mit dem Krafttraining angefangen, so ein bisschen eine Leidenschaft für das Bodybuilding entwickelt und ich möchte einfach Fitnessökonomie studieren. Und mit dem bin ich dann zu meinem Dad gegangen und habe gesagt, du, Bab, ich möchte das Maschinenbaustudium in Regensburg abbrechen, nach sechs Wochen, weil die eben chinesisch reden. Und habe dann gesagt, ich möchte Fitnessökonomie studieren. Da gibt es ein paar Möglichkeiten in Straubing oder auch Umgebung. Und dann war die erste Antwort von meinem Papa, ich unterstütze dich, aber wärst du nie Geld damit verdienen, hat er gesagt. Und der Satz, der hat sich so dermaßen in mein Hirn einbrennt und auf den habe ich mich so dermaßen einbissen. Das ist meine größte Motivation gewesen, dass ich einfach dem das Gegenteil beweise. Und dann habe ich einfach angefangen und bin da, wo ich jetzt aktuell bin. Für mich noch nicht weit genug, aber ich bin bemüht, die Reise noch weiter voran zu treiben. Aber damals war es dann so, das war in Straubing, da hat es zwei, drei Clubs gegeben. Und ein Club, der war eigentlich so ein bisschen der Favorit, weil einfach jetzt mein Geschäftspartner, der kennt mich eigentlich schon seitdem ich ein kleiner Bub bin, weil er nämlich mit sechs Jahren schon mal bei dem im Kinderfitness war. Und da habe ich mich damals eben beworben. Dann hat er mich eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Dann war tatsächlich Probearbeiten, auch beim jetzigen Geschäftspartner, beim Norman. Und im Anschluss habe ich mich nochmal mit Markus zusammengesessen. Und dann hat es geheißen, ja, ich würde den Job kriegen. Ich habe aber parallel noch ein Angebot bei Cleverfit gehabt und habe dann einfach zu Markus gesagt, ich brauche nur ein paar Tage, bis ich mich entschieden habe, ob ich vielleicht nach München gehen möchte oder ob ich eher in Straubing bleibe. Dann ist die Entscheidung aber relativ zeitnah gefallen gewesen für mich. Also er hat zu mir dann gesagt, ja, kein Problem mehr, du hast bis Freitag Zeit. Rühr dich einfach. Ich bin aber am nächsten Morgen früh aufgestanden und habe zu meiner Mann gesagt, was weiß ich, ich fahre jetzt zu Markus und gebe ihm die Zusage, ich möchte anfangen. Dann bin ich eben zu Markus neu ins Büro, war brutal aufgeregt, habe auch ein Büro dir geklopft. Ich bin einig und habe gesagt, du Markus, ich möchte Büro anfangen. Dann hat der Markus gesagt, naja, scheiße. Er hat ein bisschen so eine Mitarbeiter-Not gehabt, dann war sie mit mir nicht sicher. Mir hat jetzt jemand anders die Zusage gegeben. Also dann ist das damals 2017 ins Wasser gefallen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich meine duale Studium in München angefangen. Das war bei Cleverfit. Ich habe da unheimlich viel lernen dürfen. Ich bin auch sehr dankbar für die Zeit. Ich habe ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Und dann irgendwann, Weihnachten 2018 rum, habe ich eine Facebook-Messenger-Nachricht von Markus Ebner gekriegt, also meinem jetzigen Geschäftspartner. Da habe ich dann eine stellvertretende Studioleitung für den Klub in Regensburg geworfen. Dann sage ich mal, ich selber weiß ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht wäre es ja was für mich. Schon auch die Frage, dann wüsstest du jemanden. War wahrscheinlich auch die Absicht, nehme ich auch noch, ich hoffe es. Ja, und dann haben wir uns relativ zeitnah, Zeit in dem Fall am nächsten Tag, gleich troffen. Und ich habe dann tatsächlich zum einen mal mündlich die Zusage gemacht und habe dann zum 31.12. tatsächlich noch für den 31.01.19 dann eben bei Cleverfit gekündigt und habe am 1.02.2019 als stellvertretende Studioleitung vom Timo gefangen. Genau. Das war dann der erste Berührungspunkt zum Timo und seitdem kennen wir uns und habe da unheimlich viel zu verdanken. Danke, danke. Und man kann auch sagen, dann ging die Zeit ja so weiter, davon kann ich auch ein bisschen was erzählen. Und da warst du auch immer einer derjenigen, wo so mit den Mitgliedern halt stark waren, aber natürlich auch im Verkauf, was natürlich auch für den unternehmerischen Erfolg halt wichtig ist. Und wir hatten halt immer natürlich Abschlussquoten und Weiterempfehlungen und so und da warst halt auch schon immer top dabei. Das heißt, da hat man schon gemerkt, dass du einfach halt pushen möchtest und dass du vorankommen möchtest. Aber wie ging dann für dich die Zeit weiter so ab dem Zeitpunkt, wo du dann im Fitness Point warst? Weil wie du schon selber sagst, ich glaube, ich habe meinen Arsch aufgerissen, ich habe Vollgas gegeben, ich habe ganz, ganz viel von dir lernen dürfen, wie man verkauft, wie man bei den Mitgliedern stark ist, wie man seine Zahlen, seine Ziele erreicht. Dann habe ich mich darauf festbissen und habe einfach jedes Monat versucht, dass ich da unsere Zielzahlen oder auch meine persönlichen Zielzahlen erreicht habe. Da hat jeder seinen persönlichen Selbsttagesplaner gehabt. Und für mich war das immer der größte Anspruch, dass ich erst einmal mein persönliches Ziel erreiche, aber dann gemeinsam mit dem Team einfach auch dieses Monatsziel erreiche. Und da kann ich mich auch noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, da hat es damals immer so eine Rangliste gegeben. Da hat der Markus dann monatlich immer Aussie geschickt und da war es, also über alle Klubs, das war damals Regensburg, Schwabach und Straubing. Und der Spitzenreiter war eigentlich zu 80, 90 Prozent immer der Norm in Straubing, weil einfach das unser bester Verkäufer ist, den wir mit dem gesamten Unternehmen haben und von dem haben wir ja ganz, ganz viel, ich glaube, da spreche ich für alle, Lerner haben dürfen und Lerner dürfen. Aber ich habe es zwei oder drei Mal geschafft, dass ich dann nicht nur Zweiter war, sondern eigentlich enorm übertroffen habe. Und das war für mich irgendwie das größte oder das beste Gefühl, was ich damals erreichen konnte. Und ja, gut, durch das, dass ich mich offensichtlich bewiesen habe, habe ich dann vom Markus das Angebot gekriegt, dass ich mit als Gesellschafter für den Club in Regensburg einsteige. Das Angebot habe ich, da habe ich nicht lange drüber nachdenken müssen, weil mein Ziel war es immer, ein eigenes Fitnessstudio zu betreiben und das war dann für mich einfach so der erste Zwischenstep, dass ich gesagt habe, hey, das ist das erste Studio, da habe ich Bock drauf. Das war zwar zu einer schwierigen Zeit, weil einfach dann ein Corona-Lockdown und so gekommen ist, aber ich habe es dann trotzdem gemacht, ich habe das auch gewusst vom Corona-Lockdown, aber ich glaube an die Branche, ich glaube an das Produkt, für mich das beste und erste Produkt der Welt und von daher habe ich dann damals die Zusage getroffen. Ja, genau. Das war dann auch so die Zeit, wo ich mich dann immer ein bisschen mehr zurückgezogen habe, weil ich dann diese Firma hier gemacht habe und da war ich dann auch froh, dass jemand da war, der das Ganze sehr gut übernommen hat und auf den man sich auch verlassen konnte. Aber ich wollte natürlich auch nicht das vorhin komplett so zurücklassen oder so. Es hat dann eigentlich ganz gut gepasst, dass du da einmal mehr gemacht hast und ich immer mich ein bisschen mehr rausgezogen habe und dann das hier gemacht habe und so hat sich das dann entwickelt. Dann ist es jetzt so, ich glaube, es ist so 2020 ungefähr, wo du dann Anteil übernommen hast im Fitnesspoint Regensburg. Offiziell bin ich als Student zum 31.12.20 ausgeschieden und zum 01.01.21 dann als Gesellschaft eingetreten. Ja, also eigentlich direkt nach dem Studium, Mitinhaber von einem Fitnessstudio, also da sieht man halt wie schnell man halt sowas erreichen kann und wie schnell sowas auch gehen kann. Ja, ganz kurz nur, weil ich immer weiß, dass viele denken, das Studium ist dafür ausschlaggebend, dass man erfolgreich wird. Wie siehst du das oder war das Studium unbedingt notwendig oder hätten es auch Lizenzen getan oder was ist da so deine Meinung? Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass das Studium irgendwo verschwendete Zeit ist, weil ich glaube, auf dem Weg dorthin lernt man natürlich ja ganz, ganz vieles. Man entwickelt sich selber als Mensch weiter, das ist auch ein Stück weit Verantwortung, aber unterm Strich, glaube ich, braucht man sich nicht, damit man sagt, okay, ich kann mir jetzt selbstständig machen und kann einen eigenen Fitnessclub aufmachen oder was auch immer man vorhat. Das reichen definitiv Lizenzen. Also eigentlich war es im Nachhinein gesehen vielleicht ein bisschen, also ich bereue es überhaupt nicht, aber vielleicht war es ein bisschen eine Zeitverspendung. Also ich bin ja da mit meinem jetzigen Geschäftspartner froh, weil ich damals als Student gefragt habe, kurz bevor ich meinen Bachelor abgeschlossen habe, ob er nicht auch einen Master auch noch zahlen möchte, sagt er, ja, gerne, macht er, unterstützt er mich dabei, aber was möchtest du mit dem Scheißdekord? Also das muss ich jetzt auch so ehrlich sagen und ich bin froh, dass ich mir das ausgerät hat und dass wir dann eben den Weg gegangen sind, wie wir es vorher erzählt haben. Ja, also weil einfach die Sachen im Studio einen selber halt viel mehr voranbringen, als jetzt noch genauer mal eine Studie zu analysieren oder noch genauer halt irgendein Thema total tief reinzugehen, wenn man halt das Ziel hat, Studios zu machen und sehr groß zu werden. Natürlich bringt so ein Masterstudium vielleicht auch was für, wenn man halt wirklich in diese Sportrichtung noch krasser reingehen will, aber für das, was du vorhattest, halt nicht so viel. Theorie ist immer das eine und ein viel theoretisches Wissen ist auch gut, aber am Ende des Tages bringt dir das ganze theoretische Wissen nichts, wenn du in der Praxis nichts umsetzt. Also von daher. Ja, und ich denke mal in der Praxis hast du viel umgesetzt. Noch zu wenig für mich, aber doch schon einige. Wir sind aber jung, ne? Gut, das war dann halt zu Anfang 2021, wo du die Anteile übernommst vom Fitnessport in Regensburg. Ja, wie ging es dann weiter? Was war dann der nächste Step? Ja gut, dann ist erst einmal der erste Corona-Lockdown gewesen, dann haben wir versucht, dass wir die bestehenden Clubs, damals war das Straubinger Studio, das Schwabacher Studio, das Regensburger Studio und das Kama-Studio hat damals, war damals in der Öffnung, glaube ich, oder im Umbau, richtig, ja, da haben wir einfach geschaut, dass wir das wieder vernünftig aufmachen und irgendwo diese harte Zeit irgendwo auch wieder einholen. Und als es aber nicht lange dauert, dann ist der zweite Corona-Lockdown gekommen. In der Zwischenzeit ist dann der Club, der Fitnessport in Vilshofen neu entstanden. Wir glauben an das Produkt, deswegen waren wir uns auch da sicher, dass das funktionieren wird. Trotz der spannenden Zeit und dann ist, überspringen wir vielleicht ein bisschen kurz nach dem zweiten Corona-Lockdown, haben sich dann der Markus und ich dazu entschieden, dass wir noch einen Club übernehmen, das ist das Fitnessport in Pfarrkirchen, den haben wir dann zum 01.01.2022 mit übernommen. Daran habe ich auch Anteile. Okay, also bei Vilshofen keiner, bei dem schon, ne? Genau, Vilshofen kam nicht, aber dann Fitnessport in Pfarrkirchen war dann der nächste Club, das war dann quasi mein zweites Studio. Genau, einfach, warum hast du dann die Möglichkeit gehabt, Anteile zu bekommen? Vermutlich, weil ich mir bewiesen habe und weil dann Markus gesagt hätte, er hat Bock, dass er noch größer wird und dass er noch einen Club aufmacht und da braucht er einen Partner an der Seite, der sich dann um das operative Geschäft kümmert. Genau, also es ist ja nicht immer so, dass man irgendwie, das ist von Himmelfeld oder sowas, sondern wenn man sich ja beweist, dann hat natürlich auch die andere Partei Interesse daran, das weiterzumachen mit dir. Ich bin generell ein Mensch, der immer zu 100% in Vorleistung geht und immer ganz, ganz wenig erwartet oder nie selber irgendwie Ansprüche stellt oder Forderungen stellt, sondern das ist alles immer von der Lore gekommen, alles. Ich bin immer in Vorleistung und habe immer meinen Arsch aufgerissen und das hat sich eigentlich immer auszutzt bis jetzt. Ganz kurz nochmal zu dem Thema Lockdown, wie war das für dich so, wirklich Anteile zu kaufen und da so reinzugehen in diese Branche und da auch finanziell so investiert zu sein, während eigentlich alle die Stimmung haben, es geht den Bach runter. Wie war das für dich? Schwierig. Das hat ja ganz, ganz viele Leute gesagt, oder GEM, die gesagt haben, macht das nicht. Vielleicht ein hohes Risiko, aber wie gesagt, ich liebe und lebe den Sport, ich liebe und lebe das Produkt und von daher war ich mir zu 110% sicher, dass es funktionieren wird und es hat sich jetzt Gott sei Dank auch ausbezahlt. Aber es war schon eine spannende Zeit und es war nicht einfach, also da sind in der Zeit einige Tränen geflossen. Natürlich eine riesen Vorfreude gewesen, aber man hat ja nicht arbeiten können, also das war ja quasi kein normaler Fitnessstudio-Betrieb, das war ja keine schöne Zeit. War keine schöne Zeit. Okay, das heißt, Verkirchen ist in Elf mit worden und dann, wie ging es dann weiter? Dann ging es ungefähr jetzt vor einem Jahr, im Oktober 2023, weiter mit dem Fitnesspoint in Hillpolstein. Dann haben wir Markus und ich einen weiteren Fitnesspoint-Club aufgemacht. Das war dann mein drittes Studio, unser siebtes Studio, beziehungsweise unser achtes Studio jetzt in der Gemeinschaft. Also wir betreiben halt gemeinsam insgesamt acht Studios und das war jetzt genau vor einem Jahrgang, ja genau. Ja, okay. Und würdest du sagen, so die Sachen mit Verkirchen und Hillpolstein, haben die sich schon finanziell gelohnt oder müsstest du da jetzt immer noch draufzahlen oder wie ist das sowas? Also lohnt es sich auch finanziell jetzt schon für dich? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, sonst soll das eigentlich machen. Ja, okay. Also klar, man steht dahinter, das Produkt ist super, man liebt und lebt das, man hat irgendwo das Hobby zum Beruf gemacht, aber am Ende des Tages sogar, da muss ich mir auch irgendwann mein Abendessen kaufen. Und ja, es hat sich finanziell gelohnt bisher, klar. Ja, okay, okay, cool. Und jetzt sind wir so an dem Punkt, jetzt hast du drei Schuhe aufgemacht, wir haben die Reise so ein bisschen von 2017, 2018 bis heute und jetzt kommt dann noch ein neues Projekt, erzähl mal, was du da dabei gedacht hast, was das Konzept ist und ja, schieß mal los. Jetzt steht das neue Projekt an, zum 1.11. eröffnet den ersten komplett eigenen Club, das ist das Number One Fitness in Burgton, das ist ein bisschen ein anderes Konzept. Ganz, ganz viel ist von Fitnesspoint übernommen, aus den bestehenden Infrastrukturen, weil das einfach alles funktioniert und super ist. Nur ein paar kleine Änderungen mit eingeführt, sage ich jetzt einmal. Und ja. Was wir genau beschreiben, was die Änderungen sind oder was das Konzept ist oder was du dabei gedacht hast, bei dem Studiokonzept? Ich bin irgendwie so ein bisschen über Fitix auf das Studiokonzept gekommen. Ich habe mir immer die Frage gestellt, hey, warum ist Fitix so erfolgreich, warum gibt es so unheimlich viele Fitix Studios im deutschen Raum? Irgendwas machen die ja scheinbar richtig und ich glaube, die Kernaussage von Fitix ist einfach ein richtig cooler Fitnessclub, eine richtig geile Geräteausstattung, also echt Qualität dahinter, eine coole Trainingsatmosphäre für einen relativ günstigen Preis, den man am Ende des Tages irgendwo nicht verkaufen muss. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, okay, die gehen nur in Ballungszentren, die sind irgendwo nur in den größeren Städten unterwegs, wie Regensburg, das ist eher schon ein kleiner Stadt für Fitix, aber München, Hamburg, Berlin und wo es halt überall ist, ich glaube, man kennt Fitix, das ist definitiv ein Name in der Branche. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum das vielleicht nicht auch in einem bisschen ländlicheren Raum funktionieren könnte, ein bisschen in einer abgespeckteren Variante, nicht so eine große Fläche, aber ein bisschen eine kleinere Fläche, wo die Kosten ein bisschen überschaubar sind, also vom Grundkonzept her muss das auch irgendwo im ländlichen Raum funktionieren und dahingehend ist dann das Number One Fitness Konzept entstanden, das ist eine komplett neue Brand und da öffne ich am 1.11. den ersten Pilotclub in Burgtauern und wenn der Pilotclub funktioniert, dann sollen das definitiv noch mehrere Studios werden. Okay, okay und wie ist es jetzt so, also wir haben heute den 15. Oktober, also eigentlich zwei Wochen vor Eröffnung, was ist jetzt schon passiert, Vorverkauf, Studierenovierung, erzähl mal, wie das alles so läuft. Vorverkauf ist zum 30.09. angelaufen, Online-Vorverkauf, teilweise präsent vor Ort an der Baustelle, aber auch ein paar Promo-Aktionen vor Ort beim REWE, bisher sehr positiv, ich meine mehr kann es immer sein, aber wir haben ja die dreistellige Marke auf jeden Fall an Anmeldungen jetzt vor der Öffnung schon geknackt, also es läuft in die richtige Richtung und was die Baustelle an sich angeht, da ist noch einiges zu tun, aber das ist auch ein ganz guter Ding, dass wir das bis zum 1.11. hinbekommen. Es war aus der Vergangenheit immer schon so, dass Umbauten, beziehungsweise bis zu einer Öffnung, das ist immer ein harter, steiniger Weg und es ist immer wirklich bis zum letzten Tag, bis auf Anschlag ist der Stress pur, dass alles nicht fertig wird. Es war noch nie anders, ich habe aber mit ganz, ganz vielen erfahrenen Leuten, sowohl aus der Branche als auch anderen Branchen geredet, das ist auf einer Baustelle immer so. Ja. Okay. Turbulent bis zum Ende. Und gibt es jetzt ein spezielles Vorverkaufsangebot oder was sind die Preise so jetzt dann? Aktuell ist das Vorverkaufsangebot so, dass man sich für 30 Euro im Monat zuzüglich einer einmaligen Aktivierungsgebühr bei einer Zwölfmonatsmitgliedschaft anmelden kann und das zweite Angebot ist der Vorauszahler, man zahlt zwölf Monate im Voraus, bedeutet 360 Euro einmalig, man spart ja die 30 Euro Aktivierungsgebühr und bekommt drei Monate on top gratis obendrauf. Okay, aber ist das dann ein spezielles Angebot für den Vorverkauf, wird es dann danach direkt teurer oder kostet es dann genauso viel? Also eins der beiden Angebote ist definitiv nur für den Vorverkauf, das ist der Vorauszahler, der ist offensichtlich sehr beliebt, den machen auch ganz, ganz viele und das andere Angebot ist eigentlich schon so geplant, dass es dauerhaft eben dieser Preis ist, vom FitX-Konzept eben übernommen, ob eine Preiserhöhung notwendig ist, irgendwann einmal in Zukunft muss man die wirtschaftliche Lage ein bisschen betrachten, ich meine Inflation ist ja definitiv da und es wird äußerteidiger, von daher muss man da auch schauen, ob man da nicht irgendwann einmal eine Preiserhöhung anstrebt, aber Ziel ist eigentlich, den gleichen Preis für alle zu haben. Also das ist nicht so, dass man jetzt total den Rabattpreis macht und dann später wird es teurer, sondern man sagt, okay wir sind jetzt schon da, es gibt jetzt schon einen geilen Preis und es holen sich jetzt schon auch Leute, ohne dass es eine künstliche Verknappung gibt sozusagen. Verknappt ist tatsächlich bis jetzt eben gar nichts, weil ich eben mit der Einstellung eingegangen bin, dass ich den Preis so aufrechterhalten möchte. Der einzige Vorteil für den Vorverkauf oder aus dem Vorverkauf ist eigentlich der Vorauszahler, den es ja so nicht mehr lange geben wird, weil es eigentlich schon ein Hammerangebot ist. Okay, okay, gut. Und was hast du bisher so für Resonanzen bekommen von den Leuten? Bisher ehrlich gesagt die beste Resonanz vor einer Eröffnung, die ich jemals erlebt habe. Also ich meine klar, man redet mit den Leuten, man hört die Leute, am Ende des Tages zählen dann eh bloß die Zahlen. Ich sage aber dabei, am 1.11. bzw. am Eröffnungswochen wird dann abgerechnet, dann machen wir einen Kassensturz, ob es dann so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, wie ich es kalkuliere habe oder auch nicht. Momentan schaut es dann doch aus, als wäre es so. Ich würde es mir gerne wünschen, wenn man es übertreffen kann, aber da reden wir dann gerne nach der Eröffnung nochmal weiter. Ansonsten eine sehr positive Resonanz am Instagram-Account, am Facebook-Account. Ich kriege ganz, ganz viele Anfragen, zwischen drei und fünf Anfragen per E-Mail pro Tag, per Instagram, per Facebook. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Interesse dort. Okay. Also offensichtlich haben wir da einen richtig guten Standard erwischt. Ja, cool. Und was habt ihr jetzt alles so vor Ort gemacht, um das publik zu machen? Also oder wie bist du die Werbung angegangen, um das auch zu pushen, dass es jetzt auch so gut läuft? Also angefangen haben wir Anfang August so ein bisschen mit einer Flüsterphase, dass einfach so die Umgebung ein bisschen war es okay. In Burgtan kommt ein Fitnessstudio. Man muss dazu sagen, Burgtan ist eine Gemeinde mit circa 12.000 Einwohnern. Da gibt es überhaupt kein Fitnessstudio nicht. Da gibt es so einen Kursraum. Die machen das so wirklich gut. Aber mehr schon nicht. Also das geht weit weg vom klassischen Fitnessstudio. Und dann haben wir das Einzugsgebiet, das ist ungefähr 50.000 Menschen groß. Da reden wir ungefähr im Umkreis von 10 Kilometern, mit dem Auto circa maximal 15 Minuten zum Fahren. Also das ist eher so der ländliche Bereich. Da haben wir 50.000 Leute und da gibt es dann drei Studios, glaube ich. Also nicht so viel eigentlich. Ne, nicht so viel. Also 50.000 Leute, drei Studios ist jetzt nicht unbedingt viel. Da gibt es ganz andere Orte. Von daher schon ganz, ganz viel Potenzial. Okay, okay. Und dann hast du gerade auch angesprochen, also im August war die Flüsterphase, dann war die eben Rewe, oder? Vor Ort, ne? Genau. Thema Flüsterphase. Also wir haben halt einfach gesagt, okay, da kommt was Neues. Ich habe gleichzeitig eine Ad geschalten, wo ich einfach das Team suche, Team aufbaue. Und dann waren wir vor Ort zweimal im Oktober jetzt beim Rewe, da haben wir so ein bisschen eine Probeaktion gemacht, haben einfach ein bisschen Präsenz gezeigt. Da hat man schon gemerkt, unheimlich starke Resonanz, unheimlich starkes Interesse. Also für das, dass wir mir das auch gar nicht so publik gemacht haben, dass wir mir da vor Ort beim Rewe, haben wir eine Instagram-Story gemacht, haben wir nicht einmal einen Beitrag gepostet. Da sind unheimlich viele Leute gekommen. Genauso ist es mit den Baustellen im Vorverkauf. Also es sind vier Stücke im Oktober geplant, unterschiedlich Samstag und Sonntag. Ist bisher auch bloß immer in der Instagram-Story veröffentlicht worden, nicht einmal ein Beitrag gepostet worden. Und die Leute kommen. Also das Interesse ist wirklich groß. Cool. Ja, sehr schön. Und dadurch ist der Instagram-Account für mich irgendwo unerklärlicherweise, Gott sei Dank, erfreulicherweise, wie verrückt gewachsen. Und der wächst da tagtäglich. Ja, cool. Und du hast jetzt schon ein Team auch vor Ort? Team ist vor Ort. Ich habe eine ganz, ganz tolle Studioleitung. Ich habe ganz tolle Trainer. Bin unheimlich dankbar, dass der Teamaufbau so schnell und so einbrichtig ist. Okay, cool. Ja, also ich denke mal, das war doch ein sehr, sehr guter Einblick in dem, was bis jetzt passiert ist. Und wir planen, wie gesagt, dass wir auch bei der Öffnung mit dabei sind. Dass wir da auch ein bisschen mit euch zeigen können, wie das abläuft, wie es aussieht, das Studio. Wie die Resonanz ist, dass man einfach ein bisschen Einblick hat. Und dann treffen wir uns nach der Öffnung nochmal wieder und schauen mal, wie es gelaufen ist, oder? Sehr gerne. Oder möchtest du noch irgendwas dem hinzufügen, was bis jetzt passiert ist? Ich glaube, wenn man da weit, so weit aussehe, ja. Denke ich auch, ja. Denke ich auch. Sehr schön. Dann danke schon mal, dass du heute hier bei da warst im Kf-Office. Und ja, für euch auch nochmal, oder würdest du, das machen wir ganz am Ende, beim letzten Interview, was den Leuten raten, würdest du gerade anfangen. Ja, es ist dann nämlich vorbei, das Video, deswegen. Ja, cool, dass du schon mal hier warst. Und wir sehen uns dann gleich bei der Öffnung wieder. So, wir haben den ersten Elfen, es ist Punkt 10 Uhr, ja, das heißt, die Eröffnung vom Number One Fitness Burgtan geht jetzt los. Die ersten Leute sind ja auch schon am Start und gehen ins Studio rein. Man merkt, die Leute haben Bock auf das neue Fitnessstudio hier in dem Ort. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal rein und schauen uns das Ganze mal an. Und wir nehmen euch hier mit und zeigen ein bisschen, wie so eine Eröffnung abläuft. Ja, Peter ist auch schon am Start hier, ja. So, hier sind wir im neuen Fitnessstudio, ja. Hier gibt es schon auch Begrüßungssekt von der lieben Bianca und ein paar Schnittchen und so, ne. Und wir schauen uns das Studio jetzt einfach mal an. Man sieht eben hier, der Andrang ist groß, ja. Jetzt gehen wir mal rein. Hier haben wir so ein richtig cooles Graffiti hinten an der Wand. Das sieht immer cool aus, finde ich, wenn man im Einwagen irgendwas Cooles hat, ja. Hier ist die Getränkestation. Kann sich hier schön Getränke zapfen. Das ist auch sehr cool. Ja, dann hier eine kleine Lounge-Ecke. Ja, klein aber fein, macht auch was fair, finde ich. Und dann schauen wir uns jetzt mal die Geräte hier an. Wir haben hier Laufbänder von Matrix. Cardio-Bereich auch von Matrix hier. Ellipsentrainer, Fahrräder, Treppe. Kann man was mit anfangen auf jeden Fall. Und dann schauen wir uns mal die Geräte an, beziehungsweise den Rest des Studios. Was ich halt sehr cool finde, ist dieses helle Licht in Kombination mit dem hellen Boden und den schwarzen Geräten. Das, finde ich, macht total viel her, ja. Auch die Wand dann dazu, dass es die Wand ähnlich ist zum Boden. Mega cool gemacht, ja. Und ja, die Geräte schauen auch nice aus, finde ich. Die sind von Jim Leiko oder Jim Leiko aus Schweden. Ja, schaut ganz cool aus. Das haben wir hier alles. Sieht mal aus wie eine Schulterpresse oder eine Brustpresse. Ja, in kleinen Brustpresse, genau. Sehr cool. Beinpresse am Start. Multipresse am Start. Ich glaube, das ist auch irgendwas für Kniebeugen oder sowas, ja. Ist auch nice. Sehr cool. Plateloader Geräte haben wir auch mit am Start anscheinend, ja. Für Brustplateloader ist das cool. Dann hier. Ich glaube, das müsste irgendwas zum Rudern sein, oder? Ich glaube schon, oder? Ah, nee, es ist ein Butterfly. Es ist ein Butterfly, Leute. Zum Glück habe ich es recht schnell gecheckt, ja. Halbschnell. Nice. Das ist geil. Das ist richtig cool. Also, so ein Plateloader und Butterfly habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Gefällt mir auch sehr gut. Dann hier Kabelturm. Was ich auch immer cool finde, diese Gewichtsblöcke hier. Ja, die sehen halt viel geiler aus, finde ich, als jetzt irgendwie so, ja, so Standardgewichtsblöcke von Live-Fitness, von den alten Geräten oder sowas. Ja, das sieht richtig cool aus. Gefällt mir gut. Hier Kurzhanteln, die habe ich vorhin mitbekommen. Kommt später noch eine richtig fette Spiegelwand hin. Ja, das soll eben auch noch stattfinden hier. Hier gibt es Squat-Racks, damit man vernünftig Knie-Boying machen kann. Auch sehr cool. Und hier gibt es den nächsten Raum noch. Hier gibt es noch was anderes. Und zwar Functional Training Area. Gewichtschnitten zum Schieben. Hier kann man richtig cool an TRX anmachen, coole Kurse machen. Das war noch so ein bisschen geschützter vom anderen Bereich. Klimmzüge. Gibt es bestimmt noch TRX, die herankommen. Kettlebells sind schon am Start. Medizinbälle sind hier. Callbacks sind hier. Also, ich finde es ist echt cool geworden. Es ist echt richtig heiß geworden. Und das ganze Konzept gefällt mir so. Von, wie gesagt, Boden, Geräte. Die Gewichtsblöcke sind geil. Also, ich finde es ein gelungenes Studio. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. So, wir sind hier zurück im Kf Academy Office. Und zwar, jetzt werden wir mir die Eröffnung ein bisschen Revue passieren lassen. Wie es so aus deiner Sicht war. Wir waren ja auch selber mit dabei. Ich fand es richtig cool. War eine coole Stimmung. Die Leute waren happy. Aber ja, erzähl mal, wie alles aus deiner Sicht. Erst einmal vielen Dank für euren Besuch. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ansonsten, es war sehr erfreulich, sehr positiv. Ich war schon bei mehreren Fitnessstudio-Öffnungen dabei. Bei mehreren eigenen auch. Und das war von der Vielzahl an Leuten. Das ist eine exakt coole Stimmung. Viele Leute. Das war schon cool. Also, ich habe das selten gesehen, dass so viel los war. Ja, ich habe wirklich gesehen, wie Leute teilweise davor standen und die richtige Schlange sich gebildet hat. Also, mussten teilweise schon warten. Aber es ist ja auch fast gar nicht so schlecht, selbst wenn sie ein bisschen warten müssen. Dass er für sie eigentlich negativ ist. Aber er schaut halt dann aus, als wäre es einfach beliebt. Und das ist halt das Coole dann. Ja, man ist ja auf so einen Tag. Man arbeitet da wirklich echt lange drauf hin. Der ganze Umbau. Ich meine, das ganze Vorgeplänkel vorm Umbau. Mit Mietvertrag und die ganzen Verhandlungen. Das ist so eine richtige Reise. Und der Tag kommt dann immer näher und näher. Und man nimmt das gar nicht so wahr, weil man so ein bisschen im Alltag strudelt ist. Vor allem, was die anderen Studios auch noch angeht. Da ist auch noch eine Heidenarbeit. Bedeutet, man vergisst das dann umso mehr. Aber wenn dann der Tag irgendwann einmal kommt, da ist man dann so am Abend davor. schon extrem aufgeregt. Und wenn man dann sagt, hey, da steht eine Riesenschlange vor dem Haustier. Genau und Punkt 10 bei der Öffnung. Das war einfach geil. Ja, ja. Damit habe ich selber auch nicht gerechnet. Wir waren ja direkt um 10 auch da. Und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht kommen am Tag verteilt so viele Leute und so. Aber dass du nicht Punkt 10, so viele Leute da sind, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Also das war schon sehr cool. Du hast ja auch mit den Leuten vor Ort gesprochen. Was haben die Leute gesagt? Sind die froh, dass das Studio jetzt da ist? Oder wie war so die Stimmung unter den Leuten? Also den Aussagen zu folgen von den Leuten, das ist einfach ein Riesenmehrwert für die Gemeinde Burgthorn, für die ganze Umgebung Burgthorn, weil es einfach so in dem Bereich nichts gibt. Und also von dem Konzept her so in der Art und Weise auch nichts gibt. Also die fanden es richtig cool. Sehr positiv, sehr positive Stimmung. Sehr gute Resonanz. Gibt es denn irgendwas, was jetzt auch bei der Öffnung schiefgelaufen ist aus deiner Sicht? Ja, aus technischer Sicht sind die ein oder anderen Sachen ein bisschen schiefgelaufen. Die Telekom hat uns ein bisschen hängen lassen, weil der Port scheinbar irgendwie von der Ferne her falsch freigeschalten war. Bedeutet am Ende des Tages, wir haben ein Thema mit dem Drehkreuz gehabt, mit der Drehsperre. Das war leider Gottes noch nicht live und wir haben ja noch die ein oder anderen Umbauarbeiten noch nicht fertigstellen können, weil es einfach Lieferschwierigkeiten geben hat, zum Beispiel mit dem Spiegel. Die sind zu dem Zeitpunkt noch nicht angeliefert worden, obwohl wir die ja schon rechtzeitig bestellt hätten, aber da steckt man einfach nicht drin. Und vom Umbau her seitens Vermieter, ich meine es war einfach zum Schluss so Vollgas, da ist halt einfach wie gesagt noch ein bisschen Arbeit liegen geblieben. Aber das ist mittlerweile alles erledigt und schaut jetzt wirklich mega cool aus. Aber unterm Strich auch das Feedback von dir. Also wenn man da als, sag ich mal, Kunde reinkommt, man weiß ja gar nicht, was alles noch umgebaut wird. Also man hat das gar nicht wahrgenommen. Ich glaube, mir als Team haben wir das ein bisschen, vor allem ich, ein bisschen stärker wahrgenommen. Da haben wir ja auch gesprochen gehabt, weil ich einfach selber so ein bisschen Anspruch an mich selber habe. Und ich war da absolut überhaupt nicht zufrieden, aber scheinbar nicht erkannt worden. Das ist halt wieder das Thema Mindset halt einfach. Also der eigene Perfektionismus, alle kommen rein, das Studio ist geil und die Leute freuen sich und so. Und da ist gar nicht aufgefallen, dass da ein Drehkreuz fehlt oder so oder dass da ein Spiegel fehlt oder so. Also das hat der Stimmung gar nichts abgetan. Und ja, habe ich dir auch ins Feedback gegeben, dass das trotzdem alles mega cool war und mega gut gelaufen ist. So aus der Sicht von Leuten, die jetzt so da waren. Möcht man in dem Moment bloß immer nicht wahrhaben. Im Nachhinein ist es jetzt eh wurscht, weil dann macht man sich überhaupt keine Gedanken mehr, weil es jetzt einfach Vergangenheit ist. Aber es ist zu dem aktuellen Zeitpunkt immer schwierig zu verstehen. Zumindest für mich. Aber wie gesagt, das Thema ist erledigt. Okay. Und wenn man jetzt mal so über ein paar Zahlen spricht, was kannst du da so verraten? Was war vielleicht so das Ziel, bei der Eröffnung zu haben? Ab wann ist das Ganze denn nicht mehr so, dass man eben das Geld mitbringen muss, sondern dass es kostendeckend ist? Was kannst du da den Zuschauern verraten, dass sie vielleicht auch da mal so einen Einblick haben, was da so abgeht? Also wir sind Anfang Oktober in den Vorverkauf gestartet. Quasi vier Wochen vor der Eröffnung. War relativ knapp. Aber war am Ende des Tages scheinbar eine richtige Entscheidung, weil man die Leute dann auch nicht zu lange irgendwie drauf hinhält und warm halten muss. Wir haben das Ziel gehabt, am Eröffnungswochenende zum Schluss, am Sonntag, dass wir 400 Abos haben. Stand Sonntag waren es dann 436. Okay. Also Ziel übertroffen. Ziel übertroffen auf jeden Fall in erster Linie. Und das Ziel für Ende November, also November wäre ein Wachstum von 80 geplant gewesen, bedeutet, wir wären dann Ende November irgendwo bei 480 gestanden. Stand jetzt, jetzt haben wir Mitte November, beziehungsweise. Heut ist der 19. November, genau. Stand jetzt sind wir bei 520 Abos. Also es läuft in die richtige Richtung und es darf auch gerne so weitergehen. Da sind wir sehr zufrieden. Ja, also sind die Ziele eigentlich, die du selber gesteckt hast, die ja auch schon nicht jetzt gering waren oder klein waren, sind die eigentlich auch übertroffen worden? Ja, Gott sei Dank. Mehr geht natürlich immer. Wenn man natürlich diese Ziele erreicht hat, die man sich selber gesteckt hat, am Anfang denkt man sich immer, wow, schon sportlich, ich hoffe, ich erreiche das. Aber wenn man es dann erreicht, dann denkt man sich, naja, mehr geht immer. Aber wir sind mal dankbar, es passt. Und ansonsten zur Frage bezüglich der Kostendeckung, also in der Regel ist es so, man hat ca. eine Kostendeckung bei 900 Mitgliedern. Bis dahin bringt man Geld mit, muss man in Vorleistung gehen, bis dahin muss man es ausharren, sage ich jetzt mal. Deswegen ist es wichtig, dass man im Vorverkauf so viel Abos wie möglich schreibt und dann danach das nicht abpreist, sondern dass es eben weitergeht. Weil ansonsten ist es halt spannend. Und was meinst du, weil ihr die 900 erreichen werdet ungefähr? Hoffentlich so schnell wie möglich. Aber laut der Planung roundabout irgendwann spätestens im Mai, Juni, wobei man da schon sehr konservativ an die Planung rangegangen ist. Und das ist jetzt die Planung, die auch die 400 und 480 jetzt für November gehabt hat? Korrekt. Und nach der neuen Planung sozusagen oder mit den neuen Zahlen jetzt? Ja, neue Planung, neue Planung gibt es nicht. So schnell wie möglich halt dann. Also ich denke mal, wir haben ja jetzt auch starke Monate vor uns. Der Dezember ist aber ein bisschen schwächer, das ist klar. Und Weihnachten herum passiert nicht so viel, aber der Januar ist ja bekanntlichermaßen der beste Monat eigentlich in der Fitnessbranche. Und vielleicht bist du da schon Februar, März oder sowas. Erfahrungsgemäß geht es jetzt bis Ende November auf jeden Fall noch Vollgas weiter. Ja, da werden wir jetzt auf die letzten 11 Tage noch gut aufschreiben. Und Dezember, wie du gesagt hast, ein bisschen ruhiger. Und ab 27. Dezember geht es eigentlich so richtig auf. Ja, okay. Cool. Also ein sehr, sehr cooler Einblick, den du uns hier mitgegeben hast, finde ich. Einmal in deine Story und auch in jetzt die Öffnung von dem neuen Fitnessstudio. Gibt es denn jetzt auch am Ende noch irgendwas, was du sagen möchtest oder was du loswerden möchtest? Am Ende des Tages schaffen wir das natürlich nicht alleine, sondern nur als Team. Also wirklich ein riesengroßer Dank an das gesamte neue Number-One-Fitness-Team, das mich bei der Reise auch begleitet hat an die Studioleitung, an die Eva, die wirklich einen klasse Job macht. Wirklich Hut ab. Die ist gut auf, ja. Die ist richtig gut drauf und die steht voll dahinter und macht das einfach klasse. Ansonsten noch an Freunde, Familie, die mich auch auf dem Weg begleitet haben. Und ein riesengroßer Dank an meinen Geschäftspartner, an den Markus, weil ohne dem wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, weil von dem habe ich einfach alles gelernt, was es braucht, um diese Reise oder dieses Projekt oder so ein Projekt anzugehen. Sei es wirklich irgendwo das theoretische Wissen, das praktische Wissen, aber auch irgendwo in gewisser Weise dieses Mindset und diesen Mut, den man halt auch braucht, um sowas umzusetzen. Also die Beharrlichkeit und Disziplin. Also ich glaube, er weiß, dass ich ihm da unheimlich dankbar bin. Cool, okay. Sehr schön. Und hast du noch irgendwas zu sagen an die Zuschauer? Also jemand, der jetzt hier vielleicht gerade zuschaut. Ich meine, du bist jetzt schon lange in der Fitnessbranche, hast jetzt schon Studios aufgebaut, bist du einfach schon ein bisschen weiter. Was würdest du denn jemandem raten, der noch so relativ am Anfang steht oder generell überlegt, ob er die Fitnessbranche gehen möchte? Was würdest du dem raten? Also die zwei wichtigsten Sachen oder die zwei wichtigsten Wörter ist immer, wie bei allem, einfach machen. Im Vorhinein braucht man natürlich irgendwo ein Ziel. Warum möchte ich das machen oder warum sollte ich das machen? Und demnach brauche ich dann einen gewissen Plan, wie ich dann auch hinkomme, wie ich mein Ziel erreiche. Ob das jetzt private oder berufliche Ziele sind, ist auch dahingestellt. Aber es braucht immer einen Plan dorthin. Und wenn dann vielleicht der Fitnessstudio-Betrieb eben der Plan zu dem jeweiligen Ziel ist, dann kann man das nur jemandem empfehlen. Bloß man sollte nicht zu blauäugig an die Sache herangehen. Man sollte sich davor ein bisschen Gedanken machen. Man sollte ein bisschen eine Standardanalyse machen. Was ganz, ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, sind wirklich das Thema Kosten. Ich meine, man hört es, glaube ich, von ganz, ganz vielen Firmen. Das ist jetzt wirklich nicht nur die Fitnessbranche, sondern wenn man das Kostenspiel irgendwo im Griff hat, dann kann das Ganze auch gut funktionieren und dann Spaß machen. Aber wie gesagt, am Ende des Tages einfach Gedanken nur zu machen, warum, weshalb wir es wägen und dann einfach machen, in die Umsetzung gehen. Nicht zu lange überlegen. Ja, einfach machen. Einfach machen. Das ist, denke ich, nochmal ein gutes Schlusswort. Ja, also, ich habe mir riesig viel Spaß gemacht, hier das Interview zu machen, auch mit bei der Öffnung mit dabei zu sein. Und ja, wenn du Bock hast, jetzt auch in der Fitnessbranche durchzustarten, dann geh einfach mal auf kfakademie.de und sicher dir mal ein gerne kostenloses Erstgespräch. Da können wir mal schauen, wie wir dich eben auch bei dem Start in der Fitnessbranche unterstützen können, damit du eben auch eine coole Karriere machen kannst in der Fitnessbranche, wie zum Beispiel der Peter. Oder auch viele, viele andere Kunden, die wir da betreuen. Also, man sieht eben einfach auch hier, dass man in der Fitnessbranche mehr machen kann und da auch eine coole Karriere hinlegen kann, was verdienen kann. Und dafür ist es auch wieder ein sehr gutes Beispiel gewesen. Also, sicher dir gerne ein kostenloses Erstgespräch. Peter, vielen Dank, dass du dabei warst und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Vielen Dank für die Anladung. Servus.